Lang ist es her. Sehr, sehr lang. Insider kennen diesen Eimer. Das ist Carstens Kotzkübel. Aktuell ist er mit Müll gefüllt. Carsten Stahl macht mal wieder was auf YouTube. Da hat er ja auch Hochformat-Müll. Also er konzentriert sich, glaube ich, sehr auf TikTok, weil dort genug dumme Menschen sind, die auf ihn reinfallen. Und ich habe ja auf meinem Zweitkanal, auf dem Hochnews-Kanal, das ist natürlich unter diesem Video dann verlinkt, auch auf diese Thematik, die Überschrift der Bild war ja Ampelsenk-Kinder-Pornostrafen. Habe ich ein Video gemacht, solltet ihr euch anschauen, da ist Carsten Stahl auch thematisiert. Und jetzt sehe ich, dass er ein Video gemacht hat. Irgendwie ist der Kanal ausgeblendet, keine Ahnung. Wahrscheinlich habe ich die Glocke nicht aktiviert. Mal schauen, was wir machen. Mal schauen, was er dort sagt. Dann habe ich auch noch was für den Hauptkanal. Mann, Mann. Ich sehe schon Schmerzen. Ich sehe Schmerzen kommen. Rein da. Hallo, ich bin's Carsten Stahl. Ich bin der Gründer von... Mein Gott, ist das eine beschissene Tonqualität. ...vom Bündnis-Kinderschutz und Stopp-Mobbing in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Seit zehn Jahren setzen wir uns für den Schutz von Kindern ein. Und das nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern. Luigi, dankeschön. Was ist denn das hier? Was ist denn das hier? Ist das ein Laptop? Warum ist das denn falsch rum? Warum ist denn hier? Auf jeden Fall setzt er sich nicht für Kinderschutz ein, meiner Meinung nach. Das ist wirklich so Apparat-Qualität. Und hier hinten... Das ist doch schon so... Oh, hier sind die Boxhandschuhe. Oh, und hier ist ein Wolf. Oh. Dieser mutige Wolf war der, der sich fast eingenässt hat, dass er sich mit mir nicht getroffen hat. Er hat doch gedacht, ich soll ihm ins Gesicht alles sagen. Als ich ihm zugesagt habe, hat er mich ignoriert. Und als ich ihn nochmal aufgefordert habe, hat er mich blockiert. Also, ein Schwätzer. Mal gucken. Und wir haben aktiv dabei mitgewirkt, dass... Übrigens, das Video heißt Unfassbar. Was stimmt bei euch nicht? Jetzt redet er auch hier über die Ampel. ...2021 vier Gesetze mit in den Bundestag und Bundesrat getragen wurden, die dann verabschiedet wurden. Per Gesetz in unsere Gesetze eingetragen wurden. Ja, er sagt immer gerne, er sei das gewesen. Also, die Leute, die daran beteiligt waren, habe ich mit einigen geredet, die haben eine andere Wahrnehmung der Realität. Und das, was Carsten da so erzählt, na, da würden sie nicht so mitgehen. Danke, Skill. Darunter das Verbot von Kindersexpuppen, das Verbot vom Handbuch für Pädophile, eine Anleitung für Kinderschänder und ein Eintragungsführungszeugnis für Kinderschänder, die Kinder missbraucht haben, lebenslang, anstatt nur zehn Jahre, die zuvor. Und, und das ist jetzt ganz wichtig, weil es hier rum geht, wir haben dabei mitgeholfen, dass Kinderpornografie ein Verbrechen wurde. Und nicht... Ach, er war mit Schuld an dem vermurksten Scheißdreck. Das ist ja interessant. Also gibt Carsten Stahl gerade öffentlich zu, dass er, äh, wie kaum ein anderer Kindern geschadet hat, weil Staatsanwaltschaften mit Müllfällen überfrachtet worden sind, wo Eltern verurteilt worden sind, wo gegen Lehrer ermittelt wurde, gegen Kinderschützer. Wo die Zukunft von Menschen zerstört wurde, weil die Verfahren nicht eingestellt werden konnten, obwohl diese Menschen unschuldig sind. Das ist, das ist ja, das ist ein starkes Stück. Damit hat er sich ja komplett blamiert. Einfach, einfach mal Eltern, äh, Eltern, das Leben zerstört. Also, Ich hab hier auch einen Fall von einem Jugendlichen, der angeklagt worden ist, weil er mit seiner Freundin was hin und her geschickt hat, so typische, ähm, Nacktfotos, äh, äh, in der Pubertät. Der hat seinen Ausbildungsplatz verloren. Ermittlungsverfahren, das ist wegen einem, wegen einem Verbrechen. Das war es. Danke Strategie, Dude, für den, für den Sub. Aber es ist, der begreift gar nicht, wie er unschuldige Menschen das Leben zerstört. Nicht nur ein Vergehen, also, dass ein Einbruch in eine Laube härter bestraft wird, als Kinderpornografie. Das ist Schwachsinn, das ist übrigens gelogen, was er hier von sich gibt. Das stimmt so nicht. Ein Einbruch in eine Laube wird nicht härter bestraft, als Kinderpornografie. Ich kann mir nicht, ähm, vorstellen, dass es für Einbruch zehn Jahre Haft gibt. Und Kinderpornografie, bedeutet, dass Kinder dafür benutzt werden, für die Lust und die Gier von Menschen, die Sex mit Kindern haben. Ja, wir wissen, wir wissen, Carsten, was es bedeutet. Du weißt es offensichtlich nicht, weil du dich nicht ausreichend mit Betroffenen auseinandergesetzt hast. Ähm, ich dagegen habe schon in den frühen 2000er Jahren gemeinsam mit dem Bundeskriminalamt diese Verbrecher verfolgt. und habe davon auch, ähm, aber bei denen auch mitgeholfen, dass drei Personen, ähm, angeklagt und inhaftiert wurden. Da wusste Carsten Stahl noch nicht, was Kinderschutz ist. Da ist er noch auf den Berliner Straßen rumgelaufen und hat, ähm, mit seiner Gang Leute verprügelt. Wir haben nämlich damals, ähm, die Scansoftware, die hieß CCC von der Firma Outem, basierend auf Perkeo angeschafft und den BKA Zugang gewährt, weil sie das Budget nicht hatten. Das hat mich jährlich 100.000 Mark gekostet. Heute sind das vom Kaufwert wahrscheinlich, kannst du 1 zu 1 umrechnen, 100.000 Euro. Also vom Kaufwert, Kaufkraft. Er soll also hier nicht erzählen, dass er Ahnung hat, äh, von der Thematik. Und wer Kinder missbraucht, tötet damit ihre Seele. Und so was ist untragbar und auch nicht tolerierbar. Null Toleranz beim Missbrauch von Kindern. Und wenn wir schon dafür gekämpft haben, mit der damaligen Regierung diese Gesetze in den wirklich endlich per Gesetz zu verabschieden. Genau. Und die damalige Regierung hat sich heute dafür entschuldigt. Die CDU, CSU hat, äh, dieses Gesetz für einen riesigen Fehler jetzt deklariert. Die sind ganz offen. Die unterstützen nämlich den Vorstoß der Ampel. Und alle, wirklich alle, Expertinnen und Experten, die dort saßen, echte Expertinnen und Experten, haben gesagt, dass diese Gesetzesänderung vom Vergehen zum Verbrechen so massiv Schaden zugefügt hat, dass alle Bundesländer eine Rücknahme dieses Gesetzes gefordert haben. Alle Richter, alle Staatsanwälte, alle haben es gefordert, weil sie gesehen haben, was für ein, was für ein Schaden angerichtet wird. Alle Jugendschützer sagen, die Änderung, die jetzt Buschmann bringt, ist wichtig und richtig. Dass Kinderpornografie und die andere verboten wird und eine Verbrechen ist, dann war das ein wichtiges und richtiges Zeichen. Nein, genau. Genau. Nichts anderes ist. Es ist nämlich ein Zeichen. Es ist reine Symbolpolitik, die Schaden anrichtet. Kein einziges Kind wurde weniger missbraucht. Keinem einzigen Kind wurde geholfen durch dieses Gesetz. Kindern wurde stattdessen die Familie, die Eltern weggenommen. Zukunft wurde zerstört von unschuldigen Menschen und Carsten Stahl will nur rumbrüllen und sich persönlich profilieren und bereichern durch so ein Auftreten. weil nämlich der Durchschnittsmensch nicht begreift was für Folgen ein Verbrechenstat bestand bei geringfügigen Sachen wie zum Beispiel Fahrlässigkeit oder in der WhatsApp-Gruppe wenn Eltern sich gegenseitig warnen was dann passiert. Dann können diese Verfahren nämlich nicht eingestellt werden. Die Staatsanwaltschaft hat nicht das Mittel nach Strafprozessordnung Paragraf 153 und Paragraf 153a also das ist die Geringfügigkeit und die Einstellung A ist mit Auflage einzustellen Sachen schlank zu halten um sich um die wirklichen Verbrecher zu kümmern und wenn es dann angeklagt wird dann wird es zugelassen weil es nicht anders geht denn bei einem Verbrechenstatbestand gibt es die Einstellung nicht und ein Richter darf auch nicht willkürlich entscheiden ein Richter muss dann verurteilen da sind Richter gewesen die gesagt haben ich will sie nicht verurteilen ich weiß dass es falsch ist was ich hier mache ich muss es aber weil er sich sonst selbst strafbar macht wegen Rechtsbeugung das ist allgemein bekannt das will aber Carsten Stahl nicht wahrnehmen weil er sich mit den Fakten und mit echtem Kinderschutz nie auseinandergesetzt hat und ich verlinke mein Video dort drunter und da sind auch alle Quellen angegeben auf meinem zweitkanal und Rechtsbeugung ist übrigens auch ein Verbrechen richtig nur der Achim und was tut jetzt unsere jetzte Regierung die Ampelregierung die fixt das Gesetz was du verbockt hast Carsten wo du Menschen Schaden zugefügt hast die nichts gemacht haben was versucht hier Herr Buschmann oder was möchten sie jetzt machen sie wollen also dieses Gesetz wieder senken sie wollen also wieder eine Herabsenkung von Kinderpornografie nicht mehr als Verbrechen sondern als Vergehen sie wollen das rückgängig machen genau diesen Teil dieser Teil wird rückgängig gemacht weil er nachweislich und es gibt keine Gegenmeinung von Experten nachweislich von allen von allen dieser Schritt begrüßt wird das so zu ändern so schon damals und für die Klugscheißer da draußen die jemandem den Maul aufreißen weil sie erzählen warum ich mich hier eingestelle erstens habe ich dabei mitgeholfen ja das ist schlimm genug schäm dich dafür das kann man direkt mal sagen lieber Carsten du schaust bestimmt meine Videos ich sag's dir erstmal ganz ins Gesicht schäm dich dafür schäm dich dafür du solltest dich dafür entschuldigen Carsten Stahl entschuldige dich bei den Menschen denen du damit Schaden zugefügt hast entschuldige dich bei den Kindern wegen diesem Gesetz nicht geholfen werden konnte lösche vielleicht mal deinen Kanal das wäre vielleicht das sinnvollste denn du hast keine Ahnung von Kinderschutz lieber Carsten du hast keine Ahnung von Jugendschutz du hast dich mit der Thematik mit der Rechtsthematik nie befasst du hast nie mit Experten gesprochen denn Experten hätten dir längst gesagt dass du den Mund halten sollst und nicht versuchen sollst dich irgendwas zu verfuschen deine Eitelkeit deine Gier nach Aufmerksamkeit ist das was den Menschen schadet lieber Carsten du stellst deine deine Eitelkeit deine Gier über die Interessen der Kinder so und wenn wenn du glaubst ich würde dir lügen oder dich diffamieren meine Zustelladresse steht in meinem Impressum du kannst mich gerne verklagen dann sehen wir uns vor Gericht und dann werden wir mal sehen wer gewinnt lieber Carsten das sage ich als aktiver Kinderschützer jemand der 15 Jahre in dem Sektor gearbeitet hat als Marktführer für Jugendschutz und Altersverifikationssysteme der wirklich weiß wie es funktioniert der mit diesen Leuten zu tun hat aber ich weiß du hast nicht die Eier dazu du scheißt dich ja schon ein wenn du meinen Namen hörst erst groß das Maul aufreißen dass ich hier was ins Gesicht sagen soll und dann mal googeln wer ich überhaupt bin und was ich mache und dann hast du festgestellt oh verdammt das ist ja gar kein Sofa-Politiker der war ja in Kriegsgebieten der hat dem IS ins Auge geschaut na da den kann ich nicht anbrüllen der rennt nicht weg und da hast du mich blockiert zweitens haben wir schon damals gesagt schon ganz klar gesagt natürlich muss es einen Unterschied geben wenn wir so ein Gesetz haben falls eine Mutter oder ein Lehrer oder auch Kinder untereinander sich irgendwelche Bilder schicken und die Eltern weil sie vielleicht auch sehen sich zeigen dann muss man natürlich ganz anders damit umgehen als wenn wir hier wirklich von Menschen reden die Kinder missbrauchen aber das geht eben nicht Carsten wenn alles ein Verbrechen ist dann geht es nicht dann kann man diese Unterscheidung nicht machen weil es die Geringfügigkeit bei einem Verbrechen nicht gibt das hat doch Marco Buschmann erklärt so steht es doch in allen Rechtsgutachten drinnen weißt wenn du den Unterschied zwischen einem Vergehen und einem Verbrechen nicht kennst dann halt doch einfach den Mund dann halt doch einfach deine Klappe mach dich doch nicht wichtig du hast doch keine Ahnung vom Thema für ihre Lust und ihre Gieren natürlich muss man da unterscheiden und dann kann man einen Passus einfügen in das Gesetz und ganz klar sagen was es ja auch bei Andersgesetzen gibt dass es bei minderschweren Fällen das gibt es ja auch bei anderen Verbrechen im Gesetz zum Beispiel bei Körperverletzung also ein Minder Körperverletzung ist ein Vergehen lieber Carsten das ist kein Verbrechen es gibt es nicht Körperverletzung ist kein Verbrechen welcher Passus denn bist du Jurist ich habe mit Juristen geredet und alle sagen das ist Schwachsinn es funktioniert nicht du weißt noch nicht mal welche Straftatbestände Verbrechen sind eine Körperverletzung ist kein Verbrechen sie ist ein Vergehen übrigens auch sogar nur ein Antragsdelikt du weißt wahrscheinlich noch nicht mal den Unterschied zwischen einem Offizialdelikt und einem Antragsdelikt meine Güte in der schweren Fall gibt dass Richter und Staatsanwälte ganz anders damit umgehen können genau das geht nur wenn man es im Bereich des Vergehens behält genau und Verbrechen ist Mindeststrafe ein Jahr da haben wir schon damals drauf hingewiesen und es liegt ja auch im Ermessen eines Richters und Staatsanwalts und genau jetzt versucht diese Ampelregierung die jetzige zu sagen aufgrund dieser vielen Fälle vielen Fälle dass versehentlich oder einfach durch dieses neue Gesetz auch Eltern oder Lehrer ins Visier kommen ja oder auch Kinder dass man dieses Gesetz rückgängig machen es braucht noch nicht mal viele Fälle lieber Carsten du bist doch derjenige der sich immer in Einzelfällen hochzieht da braucht es doch nur einen gravierenden Fall geben der alle schockiert und du bist sofort mit deiner Kamera da und deinem Handy und schreist an irgendwelchen Tatorten rum und versuchst Menschen zu bedrängen es reicht doch nur ein Elternteil was hier durch die Mühlen der Justiz gejagt wird es reicht doch ein Kind was eine Mutter verliert dadurch weil die Mutter vielleicht in U-Haft landet als Unschuldige eine Person reicht doch oder oder ist es nur wichtig sich für etwas zu engagieren wenn viele betroffen sind das heißt ja wohl Doppelmoral habe ich dich da gerade wieder enttarnt Carsten dass du hier mit Doppelmoral und Strommännern arbeitest dass du nur rumprüllst dass du gar nicht weißt was welche Delikte sind na und die Ampel übrigens die ändert nichts an der Höhe der Strafe die 10 Jahre bleiben an 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 Maximalstrafe das wurde ja erhöht sie geht nur unter das Jahr Mindesthaft damit es nicht im Verbrechenstatbestand ist nur dieser kleine Passus wird geändert minderschwerer Fall eines Verbrechens so ein Schwachsinn also sag das gerne mit einem Erstsemestler Jura der wird dich selbst auslachen und wenn das ein Jurastudent in der Vorlesung äußert wird der wahrscheinlich direkt exmatrikuliert also erstmal Buschmann das habe ich schon vor ein paar Monaten gefordert und noch andere legen sie doch mal die Zahlen offen die Zahlen die Zahlen muss er nicht offenlegen denn sie stehen in der Zeitung unter meinem Video sind Einzelfälle verlinkt so ist das einfach und es wird einen Grund haben lieber Carsten wenn alle Richter alle Staatsanwälte alle Landesjustizminister alle Bundesländer alle Expertinnen und Experten genau das fordern was Marco Buschmann jetzt macht ja aber ein Carsten Stahl der in Berlin sitzt und rumprüllt der ist hier wirklich der 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 Mann gewordene dann den Krüger-Effekt so ist es auf die sie sich da berufen sie haben doch angeblich so viele Fälle wo das betrifft sie haben gar keine Zahlen sie legen keine offen entweder gibt es keine oder ihr wollt sie nicht offenlegen aber aha und da beruft er sich jetzt auf die Recherchen von Julian Reichel von News was auch absolut irrelevant ist der sich auch blamiert hat mit seinem Tweet aber du kannst gerne in seiner Sendung weiter auftreten weil du da dein Klientel befriedigen kannst es geht dir nur um Klicks und Reichweite nicht um die Kinder wenn man schon genau diesen Grund nehmen möchte dann muss man auch Zahlen nennen und das tun sie muss man nicht muss man nicht man muss nur für ein ordentliches Gesetz sorgen wir sind hier nämlich in einem Rechtsstaat die Art der Moralgesetzgebung die haben wir seit 45 zum Glück nicht mehr dieses dieses primitive Denken wo der Volkszorn befriedigt wird Ubert Schrauer dann könnt ihr das mit dem Passus einfügen nein steht im Bildartikel du musst ich erklär es dir kurz Carsten du musst runter scrollen auf Bild.de dann ist dort eine Werbeanzeige der Artikel ist noch nicht vorbei und da ist das untere Drittel des Artikels und da äußert sich äußert sich äußert sich glaube ich eine Staatsanwältin und da wird es nochmal genau erklärt ist ganz einfach vielleicht hast du auch kein Bild plus dann siehst du nur den oberen Drittel des Artikels kann ja sein schenke ich dir gerne Bild plus dann kannst du dir kannst du das machen oder halt weiter die Überschriften lesen wie ein Alexander Raue oder so und daraus dann irgendwas rumbrüllen ja so Überschriftenleser damit kommt man halt auch nicht weiter deswegen bist du auch in der Politik gescheitert ey reg dich doch nicht alles auf ich will doch das jetzt das Gesetz ja nicht verändern willst du ja nicht rückgängig machen ich will einfach nur einen Passus einfügen für einen minderschweren Fall hat er aber nie gesagt man diskutiert jetzt schon ein halbes Jahr oder über ein halbes Jahr darüber immer und immer wieder und das wird nie gesagt von der Buschmann nein man diskutiert nicht ich muss dauernd unterbrechen weil es so dumm ist man schau lieber Carsten ich weiß ja du hast ja keine Ahnung von Politik du weißt auch nicht wie es funktioniert es gibt Fachreferate es gibt dafür Sachbearbeiter im Bundesministerium der Justiz und dann werden andere Ministerien unter anderem auch das Innenministerium zum Beispiel da wird das BKA angefragt dann werden die Expertinnen und Experten gefragt damit ein ordentliches Gesetz entsteht und nicht so eine Husch-Fusch-Arbeit die nachher verfassungswidrig ist oder die vielleicht durch eine falsche Kommasetzung dann ungültig ist das ist nämlich Jura Jura ist zu 90% Sprache und wenn du da nicht genau bist dann kommt halt so ein hingefurzter Dreck raus den du da machst dann ist die amtliche Erläuterung wertlos dann kannst du dir das ganze StGB in den Mülleimer werfen da geht das sogar relativ schnell also ein halbes Jahr ist verdammt schnell für Juristen und wir haben ein Gesetzgebungsverfahren es muss also auch noch jetzt muss ich wieder zurückgehen wir müssen also auch noch vom Bundestag in den Bundesrat dann muss der Bundespräsident auch noch unterschreiben dann wird es im Amtsblatt veröffentlicht so funktioniert das in einem ordentlichen Rechtsstaat mit Gewaltenteilung und verschiedenen kann man dies kontrollieren ja lernt man in der siebten Klasse hätte es mal aufpassen sollen statt Leute auf der Straße zu verprügeln mit einer Gang nein und ich bin mir auch ziemlich sicher dass es nicht dazu kommt dass man einen minderschweren Falle inbauen will nee man möchte dieses Gesetz kippen man möchte wieder zurück und wisst ihr und jetzt kommen wir doch mal stimmt einfach mal nicht es ist einfach Unsinn was er da erzählt wirklich ein Thema was dahinter steckt und da ich ja schon so weit bin dabei nämlich schon 10 Jahre ja schon 10 Jahre gut ich bin jetzt seit 24 Jahren dabei und ich habe Carsten Stahl äh Carsten Stahl ähm nie gesehen auch nicht mit seinem echten Namen also ich bin ja mal gespannt wer steckt jetzt dahinter ist es wahrscheinlich irgendeine ist es ja am Schluss eine grünen pädophilen Lobby oder kommt dieser dieser ganze rumgerülpste den man auf irgendeiner Pegida Demo hört und mit vielen Richtern Staatsanwälten auch Spräche und auch Michel ja du hast mit keinem darüber gesprochen kein Richter und Staatsanwalt wird dir da zustimmen diese Thematik nur leider auch auskenne weil ich es ja immer wieder sehe wollen wir nochmal darüber reden dass wir in unserem Land 3 bis 5% pädophil veranlagte Menschen haben und viele hunderttausende von Kinderständern die auch Kinder missbraucht haben allein diese Aussage zeigt dass Carsten Stahl von dieser Thematik nicht den Hauch einer Ahnung hat wir müssen erstmal unterscheiden zwischen Menschen mit pädophiler Neigung das ist nämlich eine sexuelle Störung davon werden die meisten Menschen nicht Täter das ist der Unterschied von einem pädophilen und einem pädokriminellen das sagen übrigens auch die Kriminalstatistiken dann musst du auch schauen wo sind diese Missbrauchsfälle denn viele sind gar nicht in dem Bereich der Pädophilie und Pädokriminalität anzusiedeln sondern über Gewaltausübung gegen Kinder durch genau das passt wunderbar Digga One mit dem Fail auch aus dem familiären Umfeld also wenn man wenn man Menschen schon verurteilt weil sie eine krankhafte das ist ja eine psychische Erkrankung oder eine Prägung die sie Menschen vor riesige Probleme stellt und wo nur die wenigsten sie ausleben wollen die sich dann manche nicht unter Kontrolle haben und dann werden sie zu Straftätern und gegen die muss man kämpfen gegen die Pädokriminellen nicht gegen die Pädophilen den Pädophilen muss man helfen damit sie nicht zum Täter werden aber es ist natürlich einfacher es ist immer einfacher einfach eine Gruppe zu stigmatisieren und und dann auf sie einzuschlagen auch wenn sie nie zu Täterinnen oder Tätern werden hat was mit Menschlichkeit zu tun kennst du nicht Carsten hat auch was mit Wissenschaft zu tun kennst du auch nicht oder wie man so bei dir sagt kennst du auch nicht nicht ja und Hunderttausende von Menschen die Kinderpornografie konsumieren und teilweise regelmäßig wöchentlich oder täglich ja das das gibt es auch und dagegen diese Leute muss man auch vorgehen er hätte es übrigens auch schön gefunden wenn Carsten Stahl nicht dauernd das Wort Kinderpornografie verwendet sondern die sexuelle die die dokumentierte Darstellung sexuellen Missbrauchs von Kindern weil das Wort Kinderpornografie es verharmlost und Pornografie ist Laien schauspielerische Darstellung freiwilliger sexueller Handlungen und deswegen hat es eigentlich auch in diesem 184 nicht wirklich was zu tun dass man einfache Pornografie mit der Harten in einen Topf wirft aber das ist dann wieder Sexualwissenschaft da müsste man sich mal wieder mit der Wissenschaft unterhalten da rate ich dir Carsten unterhalte ich mal vielleicht mit Prof. Dr. Kurt Starke von der Uni Leipzig der ist mittlerweile nicht mehr aktiv aber war der Sexualwissenschaftler der Deutschen Demokratischen Republik der wäre zum Beispiel ein Ansprechpartner kann ich dir auch gerne ein bisschen Lektüre geben ich habe Teile seiner Schriften finanziert damals Seilbahn zum Mond danke so und wenn dir jetzt alles ein Verbrechen ist dann müssen viele von denen ins Gefängnis hmm schaut mal bei einem Vergehen läuft das so dann kann man das aburteilen man kann das so alles schriftlich machen man muss sich mal eine Verhandlung machen und dann das stimmt doch überhaupt nicht es gibt natürlich Strafbefehle man kann aber auch Sachen einstellen das geht beim Verbrechen nicht dann kriegen die wegen dem Vergehen einen Bescheid und dann müssen sie zahlen das heißt die die Kinderpornografie konsumiert haben müssen bezahlen das heißt unser Land nimmt dadurch auch Geld ein wir kriegen Geld ja so wenn jemand das kannst du nicht ausdenken das kannst du dir nicht ausdenken dass es um Geld gehen soll was für eine Geldstrafe zahlt man denn da 50.000 Euro dieses verdammte Ermittlungsverfahren kostet das Dreifache Alter wir haben einen in der neuen Variante haben wir einen Strafrahmen unter einem Jahr bis hin zu 10 Jahren Haft das heißt in der Regel wird der Strafrahmen höher angewandt wenn ich bis zu 10 Jahren habe kannst du davon ausgehen dass die meisten Menschen ohne Bewährung in Haft gehen warum in Haft das wird Carsten natürlich auch nicht erwähnen ab 2 Jahren und einem Tag gibt es keine Bewährung Bewährung ist maximal 2 Jahre wirst du auf 25 Monate verurteilt ist es eine Haftstrafe ohne Bewährung fertig aus Thema durch wenn man ins Gefängnis kommt dann kostet der Geld er kostet Geld weil er ein Gefängnis ist und jetzt rechnet doch mal aus Hunderttausende von Menschen die konsumieren wo sollen die denn alle unterkommen wenn die alle ins Gefängnis kommen würden wo das ist dumm das ist Leute das feiern Leute wirklich es gibt Menschen die feiern diesen Müll und diese Hunderttausend Leute können unter anderem vielleicht doch nicht ins Gefängnis warum weil gegen irgendeine Mutter ermittelt wird oder gegen irgendeinen Lehrer statt zu fordern dass die Ermittler besser ausgestattet werden macht er hier Symbolpolitik und genau deshalb kann ich immer nur wieder sagen wir reden hier eigentlich von aktivem Täterschutz es geht hier nicht um ein paar Mütter, Väter oder Lehrer weil dann würdet ihr die Zahlen offenlegen ja unglaublich danke Domi gut das Gesetz war jetzt zwei Jahre aktiv vor dem Hintergrund müssten unsere Gefängnisse ja überfüllt sein gab es mehr Fälle der Verurteilung also da muss ja da muss ja eine Steigerung von Verzehnfachung oder sowas vorliegen nö gab es nicht warum gab es das nicht weil Carsten Stahl scheiße redet ganz einfach das ist wie hier auch manche schreiben dieses typische NPD-Gebrülle Todesstrafe für Kinderschänder primitiv bis zum geht nicht mehr ohne ohne den Willen etwas für Kinder umzusetzen mein Gott und das könnte man ganz einfach mit einem Passus im Gesetz verankern sagen minderschwerer Fall ja so genannt Quatsch Jura das ist halt Unsinn was er da redet das funktioniert nicht jeder Richter jeder Staatsanwalt genauso wie bei Körperverletzung und anderen Schwerverbrechen was hat er gesagt Körperverletzung ist ein Schwerverbrechen genauso wie bei Körperverletzung und anderen Schwerverbrechen Carsten Körperverletzung ist noch nicht mal ein Schwerverbrechen ist auch kein Verbrechen es ist ein Vergehen also es ist so es ist so dumm da ist also nochmal zur Erklärung es gibt keine minderschweren Fälle bei Verbrechen das ist einfach ganz anders handarm nein 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 hier geht es darum etwas zu kippen um bestimmte Dinge einfach klein zu werden und immer wieder sage ich in der Zeit sichern Deutschland ist ein Land ein Paradies für Kinderschänder Caravaltier und Kinderpornografie und tut mir in ihr Fallen ich mache das hier seit 10 Jahren und wir haben an Gesetzen aktiv mitgewirkt und jetzt kommen wir dann nochmal zu der Realität der Buschmann oder FDP oder Grüne kommen wir dann nochmal zurück zu den Gesetzen wie war das nochmal damals habt ihr denn also er lügt in die Kamera es ist einfach er lügt einfach dreist ich kann das ist ich bin so entsetzt das geht halt einfach nicht ich kann ich kann bei einem Verbrechen nicht einen einen derartigen minderschweren Fall eintragen der dazu führt dass es dann ein Vergehen ist also das ist also noch einmal zur Erklärung natürlich gibt es gewissermaßen auch minderschwere Fälle aber es bleibt ein Verbrechen und wenn es ein Verbrechen bleibt kann das Verfahren nicht eingestellt werden dann werden diese Leute verurteilt und das war es sie werden verurteilt das ist einfach unglaublich für diese Gesetze gestimmt nein ihr habt euch der Stimme enthalten meine ein Handbuch für Pädophile ein Ausbildungsbuch eine Anleitung für Pädophile da enthält man sich der Stimme oder Kindersexpuppen da enthält man sich der Stimme also dass Kinderschänder sich an Puppen ausprobieren ja was ist denn die Enthaltung hat dazu geführt dass es trotzdem umgesetzt worden ist er will nur Symbolpolitik er will nur Symbole er will nichts umsetzen und dann sich später Kinder reifen wenn es dann nicht mehr reicht da enthält man sich der Stimme oder Wahnsinn müsst ihr euch vorstellen vorher bevor wir diese Gesetze auf den Weg gebracht haben konnte ein Kinderschänder wieder in Schulen arbeiten nämlich nach 10 Jahren nur 10 Jahre war das drin und dann konnte er wieder arbeiten warum weil natürlich ein Führungszeugnis nach 10 Jahren raus war wenn sich dann eine Schulleiterin oder ein Schulleiter hinstellt oder ein Erzieher oder ein Verein dann sehen die keinen Eintrag Ja das ist übrigens ganz schön lieber Carsten denn bei Verbrechen sind die Einträge 10 bis 15 Jahre drin das heißt also eine Mutter die in einem WhatsApp-Chat etwas für ihre Kinder versucht hat die ist 15 Jahre als Sexualstraftäterin stigmatisiert und verliert vielleicht ihren Job ist sie Beamtin das war es wirst du mit einem Verbrechen verurteilt war es das du hast keine Zuverlässigkeit mehr bist du Pilot verlierst du einen Pilotenschein bist du Jäger verlierst du einen Jagdschein bist du Sportschütze verlierst du deine Waffengenehmigung bist du im Sicherheitsdienst verlierst du deine Waffentragengenehmigung du verlierst alles bist du vielleicht in einem sicherheitsrelevanten Bereich verlierst du deine Sicherheitseinstufung ab ein Jahr Strafe Beamtenstatus weg Pöppel Borein Dankeschön und ähm 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 wer da vorher noch war Mr. Somebody Trinkgeld von Wolfsking14 ich habe in letzter Zeit viele Videos von dir gesehen und möchte dich unterstützen daher 10 für dich 5 für den Psychiater und 5 für den Psychiater des Psychiaters zwinkernder lachender Smiley 20 es ist einfach unglaublich der minderschwere Fall ändert nichts an der ganzen Situation das begreift er einfach nicht er will einfach nur Symbole ja und danke für 20 Euro der Psychiater wird sich freuen aber ich brauche einen Psychologen nicht einen Psychiater ich bin ja nicht krank denken Sie diese Person hat nichts mit Kindern gemacht nichts böse jetzt haben wir dafür gesorgt und da waren wir auch mit dran beteiligt und damals die Regierung dass nämlich die Kinderschänder 10 nicht nur 10 Jahre sondern lebenslang einen Eintrag haben ach dann hat die Mutter ja lebenslang einen Eintrag ja da schau her das ist ja wunderbar hast ja toll hingekriegt Herr Buschmann liebe Ampelregierung wollt ihr das auch wieder rückgängig machen wollt ihr auch die Kindersexpuppen wieder legalisieren und das Handbuch für Pädophile wieder freigeben wollt ihr das auch was wollt ihr noch alles machen für mich ist das aktiver Täter immer dieser Populismus dieser Dumpfe die nicht ihre Kinder schützt sondern Täterinteressen schützt ist untragbar und beschämend und das ist ein Schlag ins Gesicht aller Kinder die missbraucht wurden weltweit und aller Familien die darunter leiden und Herr Buschmann wenn es doch wirklich nur um diesen Passus geht ne also das was Carsten Stahl hier sagt ist ein Schlag ins Gesicht aller Kinder die Zahlen die ihr nicht vorlegt dann machen sie doch wüsst ihr gar nicht was sie hier so eine Diskussionsrunde aufmachen können sie doch einfach sagen ey regt dich doch alle nicht auf ich will doch ja nicht die Gesetz kippen ich will doch nur minder schwere Fälle anders anders bearbeiten lassen naja das ist doch kein Problem da müssten wir ja nicht diskutieren da müssten sie sich nicht solche Schlagzeilen gefallen lassen nein nein so Leute wie Carsten Stahl sind das Problem minder schwere Fälle werden am besten bearbeitet als vergehen weil sie dann eingestellt werden können verdammter Hacke 153 Strafprozessordnung Carsten 153 A gegen Auflage Strafprozessordnung STPO das gibt's bei Verbrechen nicht das ist wirklich wenn wenn bei diesen wenn bei Leuten der Intellekt nur von der Tapete bis zur Wand geht und einer Regierung die schon mit dem Rücken zur Wand steht die so ein Ding hier ruf bringt wisst ihr ich hab eine ganze Zeit lang Gänze in meinen Mund gehalten weil ich oft wirklich viel zu tun habe im Kinderschutz nö das halte ich für gelogen zeig doch mal was du gemacht hast Carsten aber dass er jetzt hier wieder die Kinder im Stich lässt und eine Regierung die das zeigt und macht die zeigt mir dass hier die Kinder scheißegal sind und ich als die lauteste Stimme im Kinderschutz in Deutschland wie oft sagt denn Carsten schon eigentlich ich 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 du bist nicht die lauteste Stimme du bist vielleicht die prüllendste Stimme und die unsachlichste Stimme die primitivste Stimme die unangenehmste Stimme ähm und die inkompetenteste Stimme das das stehe ich dir ein diese Superlative gebe ich dir aber es reicht übrigens nicht nur laut zu sein man sollte auch was zu sagen haben sage ich dir jetzt als jemand der viel umgesetzt hat ich gehöre zu den Leuten mit den mit den leisen Stimmen die meisten Projekte die ich so umgesetzt habe die stehen mit meinem Namen gar nicht in Verbindung da siehst du mich gar nicht warum weil es nicht notwendig ist man stellt sich nur nach vorne wenn es dem Projekt nutzt ansonsten ist das ist das nur Eitelkeit Selbstbefriedigung oha Trinkgeld von Arminia Toni das ist Carsten von Opportunismus geprägte Volksnau auf demagogische Politik die das Ziel hat durch Dramatisierung der politischen Lage die Gunst der Massen im Hinblick auf Wahlen zu gewinnen Raute Populismus Stahl 50 absolut richtig vielen Dank für den Support und für die richtigen Worte werde da nicht schweigen Herr Buschmann jetzt sage ich Ihnen auch ins Gesicht sagen Sie mir nur noch Milchner Talkrunde weil das ist einfach nur beschämend ja dann wirst du ihn auch blockieren wieder Angst haben wenn Marco Buschmann es dir ins Gesicht sagt wenn es ihm darum geht und Carsten Stahl Marco Buschmann ist keiner der sich in die Hose scheißt vor dir ich kenne Marco so lange ist ein sehr feiner Kerl der steht zu seinen Überzeugungen ist ein ein Liberaler und Demokrat durch und durch machen Sie diesen verdammten Passus und damit ist er erledigt haben wir schon von Anfang an gesagt ja weil du kein Jurist bist aber hören Sie auf hier diese scheiß Dinge zu tun um Kinderschänder zu schützen oder um diese Thematik klein zu reden nur weil es vielleicht sehr viel Arbeit kostet und auch Geld kosten würde unsere Kinder vor Tätern zu schützen Kinderschutz ist unverhandelbar bla 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 dummes Geschwätz und der steht weit über euren politischen und ideologischen Interessen genau und deswegen wollen auch die Parteien die es damals umgesetzt haben es wieder rückgängig machen CDU hat das ja auch begrüßt aber das erwähnt Carsten Stahl natürlich nicht so viel dazu und ich werde meine Fresse nicht halten und das ist ja meine Europawahl und wisst ihr eigentlich wollte ich politisch bitte hinter mir lassen aber vielleicht kurz mal Zeit weil die Lanzl Dankeschön Oh will er jetzt will er jetzt doch will er jetzt wieder an die Futter tröge nachdem es in Berlin nicht geklappt hat und er so abgewatscht worden ist weil die Berliner gesehen haben dass es dummes Geschwätz ist denkt er jetzt weil es da keine 5% Hürde gibt dass er eine Chance hat auf irgendeiner Liste zu sein um sich dann die 10.000 Euro Diät einzustreichen Na schauen wir doch mal was für was jetzt kommt versucht er noch schnell die Unterschriften zusammen zu bekommen Leute haben die Schnauze voll von Politik mit Parteien es geht um Menschen die für etwas einstehen und glaubwürdig sind Also deswegen wurde sie ja nicht gewählt in Berlin weil die Menschen glaubwürdige Leute haben möchten Zeit euch das klar zu machen Okay haben wir jetzt hier gesehen dass Carsten Stahl sich warm läuft für den nächsten Anlauf um an die Futter tröge zu kommen um sich die Tasche für 5 Jahre voll zu stopfen ohne politisches Konzept und ohne Agenda ohne wirklich Interesse was Positives umzusetzen kann sein er deutet es ja an dann dann wird das wirklich eklig ich hoffe dann natürlich dass Wählerinnen und Wähler nicht auf dieses Geschrei reinfallen und ihre Stimme bei Demokraten machen und nicht bei Populisten ansonsten wenn man seine Stimme unbedingt verschenken will dann wählt man die Partei die Partei dann hat man eine Satirepartei aber mit Sicherheit nicht Carsten Stahl also bitte wir im Interesse unserer Kinder im Interesse des Kinderschutzes im Interesse der Demokratie niemals niemals was ist eure Meinung schreibt es mal in die Kommentare ich habe ein Video verlinkt von meinem zweiten Kanal wo ich das nochmal mit Quellen belege könnt ihr euch gerne anschauen solltet ihr ja vielleicht auch abonnieren steht alles dann unten drunter und also ich habe das ist glaube ich das mit Abstand peinlichste Video und das dümmste Video und das unangenehmste Video was Carsten Stahl jemals herausgebracht hat er hat sich enttarnt als inkompetent als jemand der kein Interesse an Kinder- und Jugendschutz hat einfach nur als jemand der auf die Klicks geiert und deswegen wieder aus einem Loch herauskommt nun ja das ist ja das ist ja